Hä? Jetzt ist meine Werkbank weg. Nein! Nein! Okay, ich hab sie wieder. Hey ihr Höhlenmenschen draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Kit-Vorstellung. Also zu Enderkits natürlich. Wir haben heute das Kit Delfin und als Delfin springst du durch das Wasser wie ein Känguru durch das Land. Außerdem gibt es regelmäßig Lecks. Hat er was geschrieben? Also liegt es am Server, dass es leckt? Nein, es ist Desert. Da habe ich doch keine Chance. Weil bei Desert, es kann sein, dass es hier keine Bäume gibt, aber ich bin Delfin. Ich weiß es nicht. Party. Slash-Party. Warte. Slash-Party. Kann ich auch einen Party-Check machen? Achso. Kann sein. Bombs-Dogi-Hi. Hey. Ja, komm mal. Nehme auf. Ja, ich habe jetzt echt viele Leute getroffen hier. Ähm. So. Oh, zwei Dias. Perfekt. Tool. Ja. Und direkt vor einer Kiste gelandet mit vier Dias. Ey, besser kann es ja gar nicht laufen hier. Und ich dachte, in Desert gibt es keine Bäume. Dachte ich immer. Aber das ist, glaube ich, die Maps sind verschieden. Ähm. Ähm. Ja. So. Jetzt hole ich mir hier erstmal... Sollen wir uns hier gleich was craften? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ähm. Ich würde gerne in die Wüste gehen. Aus dem Grund, da in der Wüste, glaube ich, nicht so viele Spieler sind. Und ich mir dann so denke so... Hm. Da habe ich eine Chance. Fünf Eisen. So. Und ich sage goodbye. Und ich gehe jetzt mal für immer. Tschüss. Oh, der ist da vorne noch. Ich muss weg. Es legt. Standbild. Okay. Ich hasse diesen 15 Sekunden Leg. Der ist ganz schlimm. Hä? Jetzt ist meine Werkbank weg. Nein. 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 Okay. Ich habe sie wieder. Boah. Jetzt hatte ich ganz kurz Panik. Keine Panik auf der Titanic. So. Ganz kurz so. Zack. 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 So. Ähm. So. Das hier kommt auch weg. Und die Werkbank nehmen wir uns mal mit. Und die Schuhe auch, weil... Ja. Das zeigt uns irgendwie, dass wir da viel sind. So. Gut. Dann können wir einfach mal weiter cruisen. Durch die... Durch die City hier. What the fuck sind hier viele Kisten? Alter. Das ist ja unnormal. Normalerweise sind hier nicht so viele Kisten. Aber in der Wüste sind halt immer so viele Kisten. Oh. Jetzt hat der die ganzen Kisten bekommen. Auch nicht so schlecht. Dann haben wir wenigstens starke Gegner, gegen die wir kämpfen können. So. Ich gehe jetzt einfach mal vom Julko in die Nähe. Mal gucken. Vielleicht kann ich es ja irgendwie gegen ihn aufnehmen. Ich schätze mal nicht. Oder auch doch. Kann auch sein. Ähm. Ja. Wir könnten unsere Hose craften. Das machen wir, glaube ich, jetzt auch gleich mal. So. Ich würde gerne sehen, wie viele Pfeile ich habe. Danke. Und den Wassereimer hier runter ist auch immer ganz wichtig. Falls jemand tauert oder so. Und ich schaffe das dann manchmal, den Wassereimer. Wieso brauchst du nicht ab? So. Danke. Weiter geht's. Es leben. Okay. Leon, der Lion lebt noch. Ich weiß jetzt nicht, ob der andere Abonnent von mir noch lebt. Auf jeden Fall. Ich liebe euch alle, die mich immer... Aua. Oh. Scheiße war das knapp. Scheiße war das knapp. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe jetzt gerade richtig Angst. Schnell weg hier mit dem ganzen Crab-Kack hier. So, das brauchen wir. Ne, das hier brauchen wir. Schnell weg hier. 126 Blöcke. Gut, dann haben wir noch ein bisschen Zeit, um uns auszurüsten. Oh, ist das schlimm. Ist das so ein schlimmes Gefühl. Leute, wenn man so ganz kurz nicht weiß, ob man jetzt stirbt oder nicht. Und man versucht schon, die ganze Zeit aufzunehmen. Das ist so, meiner Meinung nach, so ein schlimmes Gefühl. Vielleicht kennt ihr es, vielleicht kennt ihr es nicht. Es kann ja nicht jeder YouTuber sein. Ähm. So, dann hole ich mir noch hier ganz schnell einen Wassereimer. Ich höre die ganze Zeit jemanden. Aber hier ist niemand. Deswegen, das ist ja das. Das ist das, was mich so stört. So. Ähm. 147 Blöcke. Ich muss ganz kurz nochmal gucken. Habe ich einen Apfel? Ne, sonst könnten wir uns einen Goldapfel machen. Habe ich genug Eisen? Ne, habe ich nicht. Ähm. Gut. Aber ich habe Pfeile. Und das ist auch schon mal sehr viel wert. Und würde hier irgendwo ein Enchantment Table sein. Und da waren drei. Ja, dann habt ihr das gesehen. Vielleicht sind hier jetzt aber auch wieder drei Dias drin. Vielleicht ist das jetzt die Kiste. Sie hat sich nur weggepottet. Ne. Ne. Nope. 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 So. 95 Blöcke. So. Drei Eisen. Okay, wir haben aber zumindest schon, sagen wir mal so, so viel, ähm, so viel Gold, dass wenn wir einen Gold, ähm, Apfel uns craften möchten, uns nur noch der Apfel fehlt. Also das dann auch nicht so schlimm. Und uns fehlt nur noch eine Hose. Und zack, haben wir eine Hose. So. Ich würde mir sagen, ich wage mich in seine Nähe. Ich hoffe, da vorne ist ein bisschen Wasser. Das würde mich halt, aber da ist schon alles wieder so grün, ne? Nicht so, wie so, wasserlastig. Ich weiß es nicht. Ähm, eine Enderperle, drei Eisen und Pfeile. Pfeile sind immer gut. Okay. Moment. Ey. Also manchmal stelle ich mir schon coole Moves vor, die ich machen könnte. So. Schärfe. Und hier auch. Stärke. Okay. Du bleibst da jetzt erstmal schön stehen, okay? Alarm. Perfekt. Wir haben ihn einfach mit dem Bogen weggeholt. Wieso habe ich aber eigentlich Alarm gesagt? Ich weiß es nicht. Also das haben wir schon. Wir haben alles das, was er hat, außer den Helm. Danke. Okay, okay. 158 Blöcke. Es leben nur noch drei Leute. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich auf dem Bildschirm spucke. Boah. Das ist schlimm das, dieses Gefühl. Und wir haben noch immer keinen Apfel. Ähm, haben wir ein Feuerzeug wenigstens? Bin ich blind oder haben wir kein Feuerzeug? Ich würde mir gerne Hose machen aus dir. Aber ich kann mir keine Hose machen aus dir. Weil hier, ich finde hier einfach nie Dias. Ähm, ja. Ja, jetzt schon. Ne? Dann, wenn man sich mal beschwert hier, dann geht auch mal was weiter. Ähm, eine Dias Hose. Zack. Ähm, dann, ja, genügend Essen haben wir. Aber wir craften uns jetzt einfach noch ein paar Brote. Eins, zwei, drei Stück. Die kommen dann da runter. Und... Ah, da ist das Feuerzeug. Moment. Äh, ich esse da jetzt mal schnell was. Dann kann ich die Pfeile hoch tun. Und das Feuerzeug... Wo ist es denn jetzt? Hier. Dann. Okay, ja, jetzt hat es sich auch nicht mehr gebracht. Ich wollte die Sachen hier verbrennen eigentlich. Ähm. So, die verbrenne ich jetzt aber. Damit kommt sie keiner. Denn das ist nur für mich bestimmt. Also ich höre mich an wie Psychopath, ne? Also manchmal denke ich mir so, hey, Psycho, kannst du das lesen? Ja. Oha. Ähm, Slash. Ähm, jup. Man kann den Partychat lesen. Okay, Leute. Friede. Ähm. Nein, ich mache kein Fehl mit denen. Weil ich hätte jetzt sonst ja gesagt so, ich habe mir schon fast überlegt, dass ich so sage, so, ja, aber das wollte ich dann irgendwie auch nicht machen, weil, bitte bin YouTuber. Na und, ich auch. Ich bin aber auch ein YouTuber und tue das nicht. Ähm. Das sind alles Sachen, die ich zwar, ne, die ich zwar nicht brauche, aber. Mach kein Team XD. Ich mache eh kein Team. Was hat der denn? Ich finde das auch nur, wenn man dann zwei gegen eins ist. Ich bin nicht so. Ich meine, ich bin, manchmal bin ich gemein, ja? Manchmal bin ich gemein und mache dann eventuell mal ein, eine Falle, wenn ich gerade extremst angepisst bin. Ich bin supergeil. Ja, ich bin auch supergeil. Meine Abonnenten sind die supergeilsten. Moment. So. Okay, den ersten haben wir. Ich folge ihm jetzt einfach mal. Ich weiß jetzt nicht, wo er ist. Scheiße, 27 Blöcke. Okay, er ist high. Wo ist er denn? Okay, er ist ein high. Okay. Gut, dann dauert es jetzt erstmal ewig. Nee, er ist Delfin. Er dachte, glaube ich, dass er high ist. Komm einfach her, bitte. Okay. Delfinkampf. Episch. Wo ist er denn jetzt? Wieso leckt es bei mir? Wieso? Und. Nein, ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. So, geil. Ende der Arena erreicht. So, schnell was essen hier. So, wir haben leider verloren. Aber trotzdem muss ich sagen, GG, das war ein guter Kampf. Ich habe ihn zwar oft genug getroffen, aber ich glaube, am Ende blende ich jetzt einfach die Facecam auf. Ja, ein Herz hat er noch eh gesagt. Es ist so, ich fand die Runde eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Ich habe viele Leute schnetzeln können. Am Ende blende ich jetzt echt die Facecam aus, weil ich glaube, ich habe so geguckt. So, ja, und deshalb, ja, ist es eben so, ich fand es eine ziemlich coole Runde. Ich finde, es ist auch mal okay, dass man jetzt nicht siegt, dass man einfach mal Zweiter wurde. War trotzdem ganz schön cool. Und ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, über einen Like und konsumtive Kritik in die Kommentare. War ganz schön schwer zu sagen. Auf jeden Fall, Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich würde sagen, das war eine coole Runde als Delfin. Und mein Fazit zu dem Kit ist, der Delfin ist ein sehr cooles und faires Kit, vor allem im Wasser ist er schon sehr stark auch, weil man im Wasser einfach huscht und ist man schon weg. Von dem her, Leute, das war es dann auch schon wieder von mir und goodbye.